Ach bitte, wenn du schon Leichen schändest, dann bitte nicht während meiner Aufnahme, Alter. Meine Fresse, beide 117, das ist ne lange Runde. Juppidu! Ja! Gott, bist du scheiße. Oh! Damn! Ja, ja, Kleiner. Juppidu! Schleif dich nicht in mein Haus rein, wenn du mein eigener Spy bist! Oh, scheiße, Mann, du bist schlecht. Geh schön. Noch eine Sanchi. Holy shit! Hu 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 hui! Äh, 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 äh. Yeah! Kommst nicht her! Oh, danke. Heute geht's wohl ganz schön ab. Woh hey, 9-1, äh, hehehehe, haa! Versau mi nicht meine wunderschöne könnte,Á, betEa! Nein! Was soll das eigentlich sein, Mann? Ich hasse dich! Neu-KT, neues Glück. Oh, ja. Ich liebe es wenn ich da raufkomme. Oh, haha, das war sogar ein Headshot, dieses Opfer. Oh, leider hast du mich nicht gekillt. Ah, nein, bitte töte mich nicht! Ah, ah, ah! Ah! Ja, ja, also ist es ein Pyro, ha, ha, ha! Ah! Miese extreme Stimmungsschwankungen hier. Halt die Fresse! Ah, nicht mit dem Frauenhörfe! Ah, scheiße! Ah! Ah! Was machst du eigentlich da, hm? Ist auf die Fresse! Hat meinen Namen gehabt, aber es war ein Demoman. Das war nur DAS bei. Mann, halt die Fresse! Ich will dich nicht muten, das ist zuviel Arbeit. Och, kommt schon Leute! Bitte! Ah-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da! Ich bin nur ein Krokodil. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Der trifft mich einfach nicht! Okay, jetzt... Alter! Ja, ja, ja! Komm schon klar! Oh Gott, komm doch mal hier! Uuuuuhh! Ooooooh! Das ist echt schwer! Uuuuuhh! Oh, ich hab mir gedacht, dass ich das klackstück habe! Uuuuuhh! Scheiße! Hast du ein Problem? Ja, ich krieg keinen Assist! Man sollte einen Assist dafür kriegen, dass man auf Gegner drauf springt! Ich mein, das tut dir das zu orientieren, Mann! Bok! Bok! Wo ist mein dritter Bok? Willst du mein dritter Bok sein? Bok! Bok! Niiiice! Bok! Wer hoch steigt, fällt tief! Das Schöne ist immer, wenn ich sieben Leben habe, weiß ich genau, dass mich ein Sniper gequickscoped hat! Ich hab diesen unglaublich netten Krokodil-Panzer, der gibt mir ein wenig mehr Leben und dann halte ich einen Quickscope aus! Ach bitte, wenn du schon Leichen schändest, dann bitte nicht während meiner Aufrabe! Alter! Komm schon, bleib stehen, Digger! Bleib stehen! Oh nein, das kommt auf mich zu! Oh nein, das kommt auf mich zu! Ohohohoi, das war ein Rückstoß! Oh nein, nicht schon wieder verdammt nochmal, du Arschkett! Ja, 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 ja! Aaaaaaah! Huh? Nein! Das war hier nicht mal ein Held! Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ha! Er läuft in den Tunnel rein! Und der Tunnel wächst wieder! Wo bist du hin, Alter? Nein! 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 Also, ich habe hier das da, das ist eigentlich blablabla, das ist das ganz normale Standardgewehr, das Darwinistische Gefahrenschild, da stehe ich ziemlich drauf, und ein Kukri, sonst nichts besonderes.